Wer ist denn der Verrückte von uns da vorne? Ich spür's nicht, ich spür's nicht. Kintaro! Da schien wir! Das ist ein Mann, Spöckfack! Weg mit seinem HC, okay, die ist weg! Hinter dem Kumpel 3-8 passen! Wow, das ist wirklich phenomenal! Das ist gut übermacht! Scheiße! Was? Wie geht's dir? Komm schon wieder? Abend, weg! Ja, ich bin noch schon am Kumpel! Okay, der Handsprick hat seinen HC-20 verloren, er hat den Mehrwert im Mix, ne? Jetzt hat die Schlauers verloren! Wer ist da jetzt? Ah, das ist wirklich super schön! Das ist wichtig! Das ist eine Missions-Ekstazion! Ja! Die sedan wir benutzen? Ich bin noch mal müde! Dann machen wir das Team gravierende. Bedenken? Vielen Dank.